Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy X. Äh, ich hab jetzt ein bisschen Angst. Wir machen jetzt nämlich mit Juna Leska. Wir müssen, ich weiß, dass ich gegen Juna Leska kämpfen muss. Und ich hab Angst. Wir hatten uns grad schon gegen den Boss so ein bisschen schwer getan. Und äh, äh. Äh. Geht nur da hin, okay. Ein bisschen boffen. Weichern. Thank you. Das erste Opfer. Was für ein erstes Opfer. Kommt doch noch. Ah. Now comes the, wie kann man sagen, krasse Story? The amazing Story part. This isn't a faith. It's just an empty statue. That statue lost its power as a faith long ago. It is Lord Zeon, the first faith of the final summoning. What you see before you is all that remains of him. Lord Zeon is, his soul is gone. Gone? You mean, there is no final Aeon? But fear not. Lady Juna Leska will show you the path. The final Aeon will be yours. The summoner and the final Aeon will join powers. Go to her now. Inside. The lady awaits. Yuna, wait. Aeon. You knew this was gonna happen, didn't you? Yes. Why didn't you tell us? If I had told you the truth, would I'd really have stopped you from coming? Yuna. I'm not going back. Kimari knows. Kimari goes first. Yuna is safe. Kimari protect. What? This was good. Someone's coming. Lady Juna Leska. Welcome to Zanarkand. Naked. I congratulate you, summoner. You have completed your pilgrimage. I will now bestow you with that which you seek. The final summoning will be yours. Now, choose. You must choose the one whom I will change. To become the faith of the final summoning. There must be a bond between Chosen and Summoner. For that is what the final summoning embodies. The bond between husband and wife, mother and child, or between friends. If that bond is strong enough, its light will conquer sin. A thousand years ago, I chose my husband Zeon as my faith. Our bond was true, and I obtained the final Aeon. There is nothing to fear. You will soon be freed of worry and pain. For once you call forth the final Aeon, your life will end. Death is the ultimate and final liberation. Your father, Braska, chose this path. It is not too late. Let us turn back. If I turn back, who will defeat Sin? Would you have some other summoner and his guardians go through this? But, my lord, there must be another way. This is the only way we got now. Fine. Make me the faith. I've been doing some thinking. My dream is back in the other Xanarkand. I wanted to make that runt into a star Blitz player. Show him the view from the top, you know. But now I know there's no way home for me. I'm never gonna see him again. My dream's never gonna come true. So, make me the faith. I'll fight Sin with you, Braska. Then maybe my life will have meaning, you know. Don't do this, Jekt. If you live, there may be another way we'll think of something, I know. Believe me, I thought this through. Besides, I ain't getting any younger, so I might as well make myself useful. Jekt. What? You're not gonna try to stop me, too. Sorry. I mean... Thank you. Braska still has to fight Sin, Oren. Guard him well. Make sure he gets there. Uh... Well, let's go. Lord Braska. Jekt. What do you want now? Sin always comes back. It comes back after the calm, every time. The cycle will continue and your deaths will mean nothing. But there's always a chance it won't come back this time. It's worth trying. I understand what you're saying, Oren. I'll find a way to break the cycle. You... Have a plan? Checked? Trust me. I'll think of something. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Und ... das Cycle weitergeht. Wir werden es verbrechen. Aber wie? Was, du hast ein Plan jetzt? Wenn einer von uns wird eine Faith sein, ich volunteer. Ich auch, Yuna. Das noch nicht mehr ändern, du wißt du? Du wißt du? Du bringst das Calm, und dann was? Das wird nicht die Cycle verbrechen. Hör. Du willst die Verbrechen und die Yuna zu leben? Du willst die Verbrechen zurück, ja? Das wird einfach nicht passieren, Bruder, du wißt du? Wenn du alles will, wirst du nichts. Aber ich will alles. Jetzt bist du Kind. Ich verbrechen. Also, was würde ein Kind machen, dann? Sie wissen, dass sie einfach einen Summoner auspielen können. Dann können sie etwas, was sie mögen. Du bist richtig. Ich könnte nicht sogar eine Chance haben. Aber keine Chance werde ich hier stehen und die Yuna gehen. Und was ... Oren gesagt hat, über ihnen zu gehen? Ich denke, es ist wahr. Du denkst, etwas? Ja. Ich werde dich fragen, Unaleska. Sie muss etwas wissen. Du denkst wirklich, dass sie dir helfen wird? Ich weiß nicht. Aber ich muss versuchen. Das ist meine Geschichte. Es geht wie ich es will. Oder ich will es hier enden. Ich werde mich wegnehmen, Du denkst das, es ist deine Geschichte. Ama sie ist auch meine Geschichte. Es wäre so schwer, mich zu lassen. Ich setze mich zu übernehmen, führre mir diese gleichen Reaktion mit meinem Leben. Aber ich weiß, das... ich kann nicht wissen. Moment, geht gleich weiter. Ich muss nur ganz kurz verschreiben. Moment, falsche Person. Okay, jetzt können wir weitermachen. Oh, ich bin so aufgeregt. I'm nervous. Der Kampf wird auch hart. Das ist halt groß, gut, hart. Das war mit drei, 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 drei Stages. Das war mit drei, drei, drei Stages. Das war mit drei Stages. Das kann nicht sein! Die Teachings sagen, dass wir die Schöne mit der Volle Atonung verbinden können! Es ist unsere einzige Hoffnung, all diese Jahre! Hoffnung ist... ...komfortabel. Es ermöglicht uns, zu akzeptieren, wie tragisch es sein kann. Nein! Wo ist alles das Gefühl? Was ist das Gefühl? Braska glaubte in Yevon's teachings, und sie sterben für sie. Jekt glaubte in Braska, und seine Leben für sie. Sie haben zu sterben, weil sie eine Hoffnung haben. Sie sind ziemlich amit. Sie müssen uns für Sie. Sie werden gehofft, wunderschönen Sie. Sie sind aus, aber sind sie verstoßig. Sie werden das Leben gelingen. Dostöne diese Geisteregenzieren. Sie werden das Leben gelingen. Was ist das? Hey Leli Ich habe ihn lieb, also ich... Ich werde mit meinen Sorrow leben. Ich werde meine eigene Leben leben. Ich werde den Sorrow verletzen... ... in seinem Ort. Ich werde auf meinem Boden stehen und werden stark. Ich weiß nicht wann es wird, aber irgendwann... ... ich werde ihn verletzen. Und ich werde das ohne... ... falsche Hoffnung. Schlimmer, Kreatur... ... du würdest du Hoffnung... ... also... ... ich werde dich entspricht. Ich werde dich entspricht. Es ist besser für dich zu sterben, als zu leben. Es ist besser für dich zu sterben, als zu leben. Ich werde mich dein Liberator sein. Ich werde dich zu liberieren. Ich werde dich zu sterben. Jetzt ist es. Jetzt ist es Zeit, zu wählen. Gehe und frei von Angst. Oder leben und käme deine Sorrow. Jetzt ist es Zeit, zu entwickeln deine Geschichte. Sie ist zu entspricht. Es hilft. Geha und frei. I'd never forgive myself. No way. Not if I run away now. Even in death, yeah? My thoughts exactly. Yuna! This is our story. Now let's see this thing through together. Fight! Ja. Will die sein hier so pessimistisch? Habe ich noch irgendwen mit Ekstase? Nee, weiter. Ja, ausgerechnet den einen Liloge habe ich noch. Don't sleep in! AP-Pille geklaut. So gönne ich mir's. Ich bin ein Fischer. Ich bin ein Fischer. hab ich gerade probiert hat nicht funktioniert kriegst du noch einen schuss ins gesicht mitten ins gesicht rein mitten ins gesicht ist er wach er ist wach sehr gut was ist komm schon flair die weg sehr gut nur nur darf nicht sagen lulu hat die schnüs zu halten ach der ist immer noch blind der ist auch noch blind dankeschön ja da guckste mietchen erste runde mir jetzt wirds hässlich das doch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Judge Judy Slayer. Dankeschön für dein Follow. Und willkommen in der Gruppe. Wie viel hat die Alte denn noch? Ach so, Olle, fertig. Oh. The last stage. Bam. Oh, okay. Ein Blaster, ja. Ken ich. Oh, okay. Oh. Yes. I'm winning. Ich hab gewonnen. Ja. First try. Bam. Die sagt ja nix mehr. Ja. First try. I'm winning. I'm happy. I'm so lucky, lucky. Immun, das wär fies. Das wär so fies. Wenn die dagegen immun wär. Okay, es war gescheated. Ohne Scheiß. Ich geb zu, es war ein bisschen gescheated, weil... Das ist halt so ne... Ein Hit und Down. Wenn die, so does the final Aeon. And with it, Spira's only hope. Then we'll find Spira a new hope. Fool. There is no other way. Even if there was. Even if you did destroy Sin. You Yevon, the immortal, would only create Sin anew. You Yevon? You Yevon? Ah. Zeon. Forgive me. Spira has been robbed of the light of hope. All that remains is sorrow. Yes. I'm happy. Sam, I know what do you mean. My lover boy. My friend is from Russia. I learned to Russian. Russian? Russian? This is really hard. I can not believe what we just did. Let's do something more unbelievable. What? Destroy Sin. So it won't come back. And without the final Aeon. I don't know how just yet, but I'll find out. Let me show you the link. And, um. To learn a new language is really hard. It's very difficult. And this is okay. To learn a new language. To learn a new language. To learn a new language. Oh happy happy. Ah, haha, haha. Scheiße, wo schicken wir die hin? Wo schicken wir Lulu hin? Eigentlich müsste Lulu Kadesmagie lernen und Lulu müsste Dings lernen am besten. Ultima. Welchen Weg soll Lulu gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo soll Lulu langgehen? Ich würde sie ganz gerne ehrlich gesagt bei Juna langschicken, aber ich überlege gerade, wie sie da am besten hinkommt. Eigentlich wäre er hier das imitieren. Sie müsste den ganzen Weg zurück, den auch Juna jetzt geht. Das ist glaube ich der kürzeste Weg, oder? Sie ist da hinten. Krass. Kann auch Juna sehen. Kann jetzt da hinspringen, wo Juna ist? Lass mal gucken. Beides ist immer. Wenn wir jetzt hier runter eins, den kann er hier lang, zwei, kann er hier anfangen. Okay, äh... Wo springen wir da hin? Sie lernt jetzt zwar ein paar Sachen, die sie nicht braucht, aber Hass ist immer gut. Ich möchte sie jetzt ganz gerne hier so langschicken. Dann schicke ich sie kurz hier so rüber, so zwei. Und dann kann die hier anfangen, den Weg von Juna zu laufen. Das ist a good idea. Denke ich. Aufhäsch. 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 Okay, nicht mehr zu sprechen Ich konnte es einfach nicht akzeptieren. Ich bin hier zurück, versuche ich sie zu retten. Aber sie hat mich gebrochen. Irgendwann habe ich meinen Weg, nach Mount Gagazet. Aber meine Güte hat mich verlassen. Just outside Bevel. Das ist wo Kamari mich gefunden hat. Ich habe ihn über Yuna erzählt, bevor ich sterbe. Ich habe schon seitdem wandelt, nie zu dem Far Plain. Arran. Nehren. Das ist tot, dass es zu sterben hat seine Vorteile. Ich konnte Sinnen und gehen zu deinem Zanarkand. Und du hast mich seitdem, seitdem du? Warum? Was ist die große Idee? Warum ich? Es ist eine von diesen Dingen, die schwierig zu erklären. Ich werde es dir zeigen. Ich werde dir zeigen. Meine Erinnerungen. Was ist das? Das ist so ein Lied, Baby. Er braucht jemanden da, um seine Hand zu halten, sehen Sie? Geh dir ihn, bitte? Aber wie soll ich nach Zanarkand gehen? Hey, du hast es dir selbst gesagt. Da muss man einen Weg, um dort zu kommen, richtig? Du findest es. Okay, ich werde. Ich gebe dir meine Worte. Ich will take care of your son. Ich will guard ihn mit meinem Leben. Danke, Oren. Du warst immer so stark. Aber das ist das, was ich über dich liebte. Das ist warum. Okay, können wir weiter. Sam, ich bin nicht gut in Englisch. Speichern! Wo ist mein Speicherpunkt? Da. Ach, Gott sei Dank. So, ich hatte heute schon angekündigt, ähm, ich möchte jetzt noch versuchen, Anima zu holen. Und das Magus Trio und ab nächster Woche, also zu nächster Woche noch ein bisschen trainieren. Und dann, ähm, ähm, äh, dann machen wir nächste Woche das Ding fertig, weil ich glaube, da fehlt nicht mehr so viel. Beideospiel, zwei, drei, drei, drei.. Papa! Aber dieser Spiel ist aber schon cool. Manche kriege ich aber nicht mehr. Das ist das Problem. Wie hole ich denn aber den Ostqueen? Also ich versuche den noch, die nachträglichen Ostqueen zu holen. Jetzt holen wir uns erstmal Anima und... Na? Sag schon. Das Magus-Trio. Wohin sollen wir steuern? Jetzt kriegen wir erstmal Anima gewitscht. Klatsche für alle. Einmal mit Profi. Das Spiel wird nicht gelöscht. Wir denken, und wir warten. Das sind zwei Dinge, die ich schlecht bin. Asst. Vielen Dank. Look his face. He's crying. I'm not delete this game. This was a typical Lily-Joke. Okay, jetzt müssen wir mit allen reden. And think this through. There has to be a way. We'll wait till you think of a plan. Get that noggin working. I can now go all the way. Mehr oder weniger. Ich muss erst mit allen reden. Ich will mal was ausprobieren. Okay. Also. Erstmal mit allen Leuten reden. Schauen, wo alle sind. Hi. Hey! Hey! Wohin? Ach, keine Ahnung. Wohin steuert das Flugschiff irgendwo? Irgendwie so. Ein bisschen Angst. Easy. Die gute alte Wiese von BKL, ungeeignet zum Leben, aber unsere Heimat. Dass Mika ein leibloser ist, in Luca wirkte ja gar nicht so. Wusste Gavin von Heim, weil sie uns verfolgt sind? Yay. Voll gut. Ich kann mich doch auf meinen Schatzi verlassen. Thank you. If there's anything I can help you with. Ace, ween Tapped. Janocoo. Wir, Rasha-Fam, may not ween Dukia. Eiko, Ului-Guf Dranelk. Wendeblatt, okay. Was ist das? Ich hab doch gar nichts gemacht! Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Verwendungsfaktor sind wir gar nicht aufwendig. I love it. Sehr schön. Ja. Ja, Lilly, ich seh schon, wie du mich hasst. Das ist der Wahnsinn. Das ist so krass mit dir. Der Hass ist echt, ne? Ja. 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 Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, ehrlich gesagt. Ich hab gedacht, er hat bestimmt nicht alle. Aber er hat alle. Yeah! Ab und zu darf ich ja wohl auch mal Glück haben. So. Oh, er kann ihn noch gar nicht. Hallo, Valerie! Es wird ansprechen Um die Navigationskarte zu öffnen Wenn man da im Zielort aushält Wird man ihm nur dorthin befördert Ja, mir geht's super Ähm Ich muss jetzt was gucken Also, Liste Wir müssen Als erstes gehen wir erstmal Zu den Ruinen von Senneken Wir müssen nochmal zurück Weil ich da Special Features Feindbestimmung Ähm Ich muss nochmal Zurück nach Senneken Wir brauchen nämlich noch das Item Ich hab jetzt die Feindbewegung abgestellt Weil wir nämlich da das Item noch nicht haben Na komm, lauf doch Achso Immer geradeaus Immer geradeaus Ey Ähm Klar ist jetzt ein bisschen blöd Aber äh Müssen wir machen Weil ich brauch nämlich noch das Item Die Frage ist Hab ich euch jemals nicht enttäuscht? Ich schiete mich gar nicht durchs Leben Es ist halt nur so Ich hab halt einen Spielstand Von meinem Freund benutzt Um die ganzen All bad Lexikon zu kriegen Lexika zu kriegen Und ich wusste halt nicht Dass das so ist Jetzt muss ich Hier Dingsen gucken Also Ne, das ist das Falsche Ich muss Damit das funktioniert Muss ich Die Vierecke suchen, ne? Irgendwie so war das doch Du bist ein Viereck Du bist ein Viereck Du könntest ein Viereck sein Mhm Aber das da drunter Ist glaube ich ein Viereck Genau Ich muss Wie viele? Noch vier drüben? Also ich weiß Du hast ein Viereck Ich glaube Du hast ein Viereck Du hast ein Viereck Ein zählt noch Nee, du nicht Du auch nicht Ah, da Du, glaube ich noch Ja Hast du das? Okay Ich hätte die sonst Alle Ostqueen gesucht Und dann hättet ihr Auch nichts davon gehabt So, was muss ich Jetzt mit dem Ding Machen Muss ich den schieben? Muss ich den antatschen? So, jetzt nochmal Im zweiten Besuch Alle weißen Platten Habe ich Dadurch öffnet sich Ja Nee In der großen Halle Soll sich eine Wand Oh Hat sich ja nichts geöffnet Nehmen wir mal Muss ich den hier einsetzen? Wir setzen nochmal ein Ah, da ist er Da ist er Ja Sehr gut Magiestab erhalten Den brauche ich nämlich So The magic The magic Nee, äh Revolt kommt jetzt Moment Ach, jetzt bin ich zu weit gelaufen Ähm Ich werde jetzt folgendes machen Wir werden jetzt hier beenden Ich wollte eigentlich noch Anima und so holen Aber Ich sag mal Wir beenden jetzt hier Ich werde jetzt ein bisschen Ich werde dann Zunächst der Woche Ostqueen leveln Und dann holen wir uns Anima Holen uns Ähm Das Magus Trio Und Dann werden wir In der Story weiter gehen Das ist so Im Prinzip das Was jetzt geplant ist Ich hab jetzt alle Gegenstände für Anima Das heißt Wir müssen denn nur noch Irgendwie ihren Tempel finden Äh Wir müssen Dann noch Zum Äh Nicht zur geweihten Brücke Das ist Äh Falsches Passwort Bye-bye 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 Bye-bye